Jetzt fehlt gerade irgendwie die Kampfmusik, ich muss aber mal kurz checken, okay, das hat er mir nicht gespeichert. Okay, ach du wusstest, dass ich das schon gemacht habe? Okay, ohne Kampfmusik ist ja ganz strange, also vor allem so ganz komplett ohne Musik. Warte auf Befehle, Miss Jane. Warte auf Befehle, Miss Jane. Komm schon. Ah, geschafft, also bald geschafft. Respektiere das Heimteam, Kapitel 2. Klinge ich jetzt wieder Musik bitte, das wäre voll cool. Respekt, Miss Jane. Gute Teamarbeit. Ja, Sir. Sie kommen in der Zentralhalle aus. Wir treffen uns schlecht. Oh nein. Nein. Eindringling, Eindringling. Nicht gut. Also, ich versuche die drei abzuschießen. Okay, boah. Glück gehabt. Ich versuche die drei abzuschießen, weil da bin ich mir nicht sicher, wie ich da flüchten soll, äh, wie ich da geduckt durchkommen soll. Die komme ich auch nicht lang, okay. Und die drehen sich ja auch nicht, ne? Die sind komplett starr. Das heißt, ich werde den dort wieder anschießen. Läuft nicht so gut bei mir. Ja, bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Haha. Zone gesäubert. Okay, so kriege ich das nicht hin. Okay, System wieder angeschlossen. So, geht alle weg. Falscher Alarm. Da kommt was. Ja, jetzt gehen wir zu deinem Kollegen hin. Nichts. Partner hat Probleme. Okay, System wieder angeschlossen. Nichts. Partner hat Probleme. Alarm. Alarm. Wir werden angegriffen. Okay, zwei weniger. Mann, ich bin so still. Das hilft mir total. Ich will auch nicht viel erzählen. Aber es ist echt tricky. Aber jetzt haben wir schon mal zwei von drei entfernt. Zone gesäubert. Und das ist auch noch der, der patrouilliert. Perfekt. Perfekt. Und geschafft. Zentralhalle. So, wie lange die Session schon? Oh Gott, seit ein halbes Stunde nehmen schon auf. Das ist ganz schön lang. Oh, hallo. Alarm. Alarm. Er bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigen. Ja, okay. Säuber nur. Zone gesäubert. So, bei dem muss ich mich jetzt wirklich ducken, weil... ich den nicht treffen kann. Obwohl, ich könnte ihn zumindest betäuben. Das ginge schon. Dreht der sich auch? Oder bleibt der so stehen? Ach so. Der ist einfach runtergefallen. Alles klar. Okay, der war sogar zum Abschießen gedacht. Alles klar. So, das ist mein Zeug. Ein paar Starkos einsammeln. Ein Starkos. Ein Starkos. Ein Starkos. So, Kamera will nicht so, wie ich will. Oh Gott, hallo. Nö. Äh, hallo? So. Bei dem habe ich jetzt... Oh shit. Oh. Bei dem habe ich jetzt keinen Tank gesehen. Das heißt, der... ...ist dann nicht zum Töten da. Ach, der Tank. Habe ich bisher überhaupt einen von denen leben lassen? Ich bin mir nicht sicher. So, aber bald sollten wir mal durch sein hier. Okay, die haben keine Tanks. Keine Tanks ist nicht gut. Hilfe. Alarm. Alarm. So, wie besiege ich euch dann? Oh. Ich gehe. Nein. Gehe nicht. Nichts. Falscher Alarm. Partner hat Probleme. Jep. Das haben sie. So, die Sicherung nehmen wir mit. Und dann schauen wir uns das da mal an. Die Dumps-Akophage. Mani, mani, mani. Ah, jetzt sind wir hier. Okay, ich verstehe schon. Ich hoffe, nur drüben ist jetzt auch der Laser aus. Hey, der Bladesch. Dann sind wir hier in dem Gebiet jetzt auch durch. Sehr gut. Dann hoffe ich, der Ladebildschirm funktioniert rückwärts jetzt auch. Dafür optimal. Ja, super. Ey, der ist ein Starko gespawnt. War der? Habe ich den nicht rausgenommen? Okay. Ein Starko stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Wir hatten das aufgefüllt, während ich weg war. Ja, läuft super. Oh mein Gott. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch ein Gebiet. Ein einziges Gebiet. Und das dürfte eh das leichteste sein. Weil wenn ihr die Fotos angeschaut habt, dann habe ich genau die beiden hinteren zuerst gemacht. Müsste jetzt das leichteste noch übrig sein. Ich glaube, da bin ich hier eh falsch. Hoch da. So. Nordflügel. Wenn wir so ein Ding gerade haben. Einmal speichern. Wieder für die dritte Aufnahmesession. Den dritten Slot. So. Ich glaube, ich muss ein bisschen schleichen. Wir treffen uns später wieder. Okay. Manchmal muss man das Team auflösen. Karsom, Peter, Seite 824. Ach so. Hm? Alarm! Alarm! Au! So geht's auch. Ich habe auf den Schalter geschossen, wer es nicht gesehen hat. Da hinten. Und ja, das muss man sogar so machen. Wir kriegen hier echt so viel Geld. Oh Gott! Oh, ich erinnere mich. Diesen Raum habe ich nur ein einziges Mal mit Durchballern geschafft. Challenge accepted. Ah, nee. Den kann man gar nicht schaffen. Da ist einer dabei, der... der gar keinen Tank hat. Alles gut. Ich bin gar nicht da. Alles gut. Ich bin gar nicht da. Okay. Ich bin gar nicht da. Ah, geschafft! Super! Ist da eine Sicherung drin? Nö. Gut, wir müssen eine Sicherung holen und anscheinend muss ich hier dagegen treten. Damit ich da drüben irgendwo durchkomme. Ah, zur Sicherung. Das war easy. Oh, hallo! Ach so, du bist so einer. Ich dachte, du bist gefährlich. Komm, schieß auf mich. hearts so eine gladste Schifte. Schick. Duo. Schick. ter Untertitelung des ZDF, 2020